Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Twitch als ADC. Mittlerweile habe ich es ja auf Bronze 1 geschafft. Naja, und jetzt will ich auch mal was anderes auspacken als ewig nur den Jungle. Kann ich zwar am besten und damit ging es jetzt auch ziemlich schnell Richtung Silber. Aber ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein. Und somit Twitch. So, des Weiteren in meinem Team haben wir einen Braum als Support, einen Rek'Sai als Jungler, ne, Top Lane. Amumu als Jungler und Katharina auf der Mid Lane. Im Gegnerteam haben wir eine Ilaoi auf der Top Lane, einen Talon auf der Mid Lane, Master Yi im Jungle, Nautilus als Support und Ash als ADC. Also, schauen wir mal, Master Yi ordentlich klein halten, wenn es irgendwie möglich ist. Und weiter Richtung Silber. 23 Punkte habe ich jetzt schon in Bronze 1, also das erste Game gewonnen. So, und da ich mit Twitch ja schon zwei Pentakills habe, wollen wir mal auf den dritten hoffen. Und dann geht das. So, nicht zu viel Anletten hier am Anfang. Nicht, dass ich den mit dem Gift klaue. So, wen hatten wir? Nautilus und Ash. Ne, mit Level 6 wird's eklig. Hm? Am Anfang schön ein bisschen Safe spielen. Twitch wird ja auch erst mit Level 6 richtig stark. Und einfach aufs Farmen konzentrieren. Und da, Mann. Schade, hätte auch mein Kill sein können. Okay, Flash auch raus. Hm? Oh, wir haben den ersten Kill. Oh, jetzt schön am Farmen hindern, die Ash. Bäh. Musst du natürlich nicht unbedingt noch treffen jetzt. Ah, ich dachte, er war noch nicht ready. So, setzen wir erst mal wieder an Bord. Ah, den krieg ich nicht mehr. War ich zu weit weg. Und schaut's dann vom Farmen 18 20 zu 16 für mich. Ist das gut? Okay, das ist weniger gut. Ah, damn it. Ich hoffe, nur nachher kann einer der Master hier rausnehmen. Ich werd's auf jeden Fall versuchen. Ah, da ist er ja. Ziehen wir uns erst mal ein bisschen zurück. Na, ist aber noch nicht viel passiert hier bis jetzt. Immer noch 1-1 an Kills. Mal gucken, dass er hier nicht über die Lane kommt. Nein, die lassen sich ja ganz nett zurückdrängen hier. Weiß nicht, ob das wirklich Absicht ist. Weiß nicht, ob das wirklich Absicht ist. Ah, Cutter, Mensch. Wurde zwar ein bisschen gebufft, aber... Oh, bringt das alles nicht viel? Okay, das war's mit Rek'Sai. Okay. 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 Die wollen anscheinend nicht pushen. 2.000 Gold. Da kann man mal zurückgehen, denke ich. So, und nochmal einen Heiltrank. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Loy. 51 Farm. Sie hat 56. Aber sie wird jetzt auch zurückgehen müssen. Insgesamt aber 3-1 jetzt für die Gegner. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ansonsten die Gegner auch komplett besser im Farm. Und dann Kills. An allem bisher. Den einzigen Kill bei uns hat unser Supporter. Großen lassen wir natürlich ihn machen. Jawohl, schön. Tailong geholt. Ja, aufpassen. Er setzt sich auch nochmal ein Board rein. Ah, da ist ein Pink. So, die 30 Gold nehmen wir noch selbstverständlich mit. Ja, doch, den kriege ich. Na, was ist denn hier los? Na, was ist denn hier los? So, dann hier habe ich. So, dann hier habe ich. Aber leider nur den Yi. Ah, Momo kommt. Oh, nein. Na ja, ganz gut Schaden gemacht, aber... Na ja. Ich finde, wo habe ich den Blue-Buff von Yi? Und den haben wir auch. Und den auch. So muss das sein. Bringt er mir auch noch ein Red Buff vorbei. Der Typ ist Kumpel. Na ja. So, reicht schon für die Klinge der Unendlichkeit. Wie geil ist das denn? Da nehme ich auch nochmal ein paar Heiltränke mit. Ich denke, die werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Ja, aber das wird hart im Late Game gegen den Yi. Amomo, ein Kill. Sonst nicht. 4 und Braum. Top lane und mit lane sie... Mit lane sie ganz übel aus. Cutter 0-3. Aufpassen vor dem Yi. Beide. Also. Okay. Du hast die Klinge. Ich glaube, ich beleza. Ich glaube, ich komme hier. Ich glaube, ich bin ein Grad abanschluss. Ich bin ein Grad abanschluss. Ja... Oh Gott, ich will wenigstens in Ruhe ein bisschen farmen. Oh, da ist Talon. Damit, meine Wilde hat jetzt mal gar nichts gebracht. Ah, gehen wir hier überall mal worden. Oh, Mumu, da lebst du aber gefährlich. Immer noch drei Bot. Talon ist auch noch hier. Tja... Keine Ahnung, was das sollte. Oh, oh. Tja, da kann ich auch nichts machen dann. Ja, war klar, dass wir jetzt einen Drake machen, aber da konnte ich überhaupt nichts dran machen. Und ich hoffe, mein Braum kommt gleich wieder. Ah, kann ich zurück. Ah, pushen sie. Ah, doch. Geht. Braum ist unterwegs. So. Und schnell wieder runter. Und jetzt mal gucken, ob wir da mal was wegmähen können. Und dann brauche ich auf jeden Fall Hurricane. Jawohl, der Braum ist nicht schlecht. Macht seinen Job ganz gut. Ja. hat die pflanzen am liebten immer schön worden hier ist echt nicht gereicht damit also ärgerlich so vielleicht kann man auch mal den tower holen aber er hat teil und natürlich den mittleren vor jetzt mal geholt ok ich denke jetzt sollte man besser back dumm von mir dumm 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 war wohl leider geworden man so eine aktion da könnte ich mir für den arsch treten muss denn er hat schon bei der champion auswahl geflammt so 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 Haben wir ein Double Aber jetzt muss ich zu meinem Supporter Ich beeile mich schon, Junge Jawohl, und der nächste Double Ja, für mich persönlich läuft es ganz gut Aber vom Teamfighter her Ich kann das nachher nicht alleine regeln Das ist ein edler Schimmel Oh, leichter Leck Das kennen wir ja leider in letzter Zeit Ja, aufpassen hier Jetzt machen sie die Botline durch Oh Oh Ah Blaum kriegt nochmal einen Kill Ich hoffe, der Rek'Sai pusht da jetzt ordentlich Jawohl Oh, gefährliche Aktionen da von Mamu So Rek'Sai pusht, 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 pusht Wie ein großer Na, hier hat der Drachen Das ist jetzt der zweite Drei Türme haben sie Wir haben zwei Goldmäßig liegen sie auf jeden Fall vorne Den Herold haben sie auch gekriegt Ist natürlich klar, dass sie mich jetzt versuchen zu fokussen wie die Großen War eben auch nicht das beste Positioning für mich Aber war auch nicht so leicht Sie sind die Flage Oh, noch ein bisschen Farmen hier Wenn ich das eben richtig gesehen habe Ja klar, die Gegner sind nur AD Oder Ja Komplettes AD-Team Okay, bin da Ja tja 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 Ah, Master Yi will die Top-Lane. Damn it. Nicht gereicht. Extra für geflasht. Ich dachte, das reicht dann. Komm, komm, komm. Oh, Vorsicht auf der Mitte. So, schnell wieder zurück. Wartet, Leute! Mann, das wird aber eine harte Runde hier. Merkt man jetzt leider schon. Oh, weia. Braum, Vorsicht. Wow, damn it. Komm der Talon wieder. Verdammt! Ah, da hab ich jetzt mal nicht drauf gepasst. Mensch, der war nicht schlecht. Ah, boah, war schön gemacht. Auch wenn von Cuttern auch ein bisschen wenig der Mensch kommt, aber... Mensch... Junge, Junge, schade. Komm, Rek'Sai, da kannst du vielleicht auch noch mal was holen. Oh, Ash auch da. Ah, Tower ist weg. So, ich muss jetzt schnell auf die Botlane. Nicht, dass da auch noch ein Tower fällt. Mit Lane sollte auch mal wer hingehen. Komm, Twitch. Schneller. Was ist denn da oben jetzt wieder los? Mensch, Leute. Und mittlerweile stehe ich auch 8-3. Also nicht mehr ganz so doll. So, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Der Talon, der hat's wirklich auf mich abgesehen. Reif, wie ein gutes Ei. Okay. Oh, Braum lebt gefährlich. Vertraue keinen klaren Flüssigkeit. Ja. Stoppst du wieder nicht. Nee. Jetzt läuft's gar nicht mehr. Im ganzen Team. Das ist aber auch... Na gut, die Cutter hat jetzt eben mal 2 Kills gemacht. Aber ansonsten kommt hier gar nichts. Braum hat die zweitmeisten Kills. Da geht nicht viel. Tja, und von mir kommt mittlerweile auch nichts mehr. Kommt Twitchy schneller. Kommt Twitchy schneller. Autsch. Der hat weh getan. Master Yi kommt schon von unten. Ah, komm. Ich bin wieder unterwegs, Leute. Ich krieg's mal auch mit Wild. Tja, jetzt Split pushen sie auch noch. Da kriegen wir echte Probleme. Ich glaub, der Yi kann mich mittlerweile auf Easy am Tower holen. Ach, verdammte Tentakeln, verdammte. Oh, ich hol mir jetzt mal das blaue Item. So, hab ich's jetzt? Ja. Ja. Okay, da kommen sie. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Jetzt Feuer frei. So. Und ich auch noch. So. Tja, zu spät. Schade, man. So, aber da ist schon der Talon. Naja, kommt. Hat so keinen Sinn. Mhm. So, Vorsicht, dass sie mir jetzt nicht über den Weg laufen. Das wär fatal. So, ich geh schnell nochmal einkaufen. Das reicht auf jeden Fall für die Klinge des gestürzten Königs. Und danach... Ah doch, jungs, Geisterklinge. Ich geh hier full of damage. Andere Wahl haben wir, glaub ich, nicht. Oh, da sind sie schon wieder. Die wollen's aber echt wissen. Okay. Ouch. Ouch. Oh Plus das hat wieder nicht gereicht Ah, jetzt habe ich auf jeden Fall meine Ult raus Toplane pusht ganz gut Oh oh Was ist der hier von hinten? Hat seine Ult reingehauen, aber nichts mit angestellt Das ist gut Reksaise Es ist klebrig, damit man es nicht heilen lässt Ach ja, lassen wir ihn latschen So Okay, gehen wir mal wieder ein bisschen pushen Ist das noch auf? So 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt kommt der letzte Fight Den wir leider mit 4 gegen 5 nicht gewinnen werden Yup, das war's Schade, ich hoffe das Game hat euch trotzdem ein wenig gefallen Und wenn ja, schaut mal wieder rein In diesem Sinne, bis bald, euer Ram